Die musikalische Erbauung für den 23. September 2021. Namenstag heute für Linus, Tekla und Gerhild. Klaus Wilke, Percy Stewart. Was für ein Vergnügen. Unglaublich großartiger Text. War die Titelmelodie einer TV-Serie in Deutschland. 1969 bis 1972. Und für die Freunde von Queer Verweisen. Ganz am Rande kommen ein Admiral Snyder, ein Mr. Pomeroy und ein Mr. Winterbottom vor. Percy Stewart, das ist unser Mann. Ein Mann. Ein Mann, der wirklich alles kann. Klaus Wilke, Percy Stewart. Ist gut. Wirklich gut. Kannste glauben. Los, geh rein. Hörst dir an. Und der Tag ist dein.